Okay, come on. Ja, komm. Ist da hinten wieder dieser Horrorbaum? Das ist eine komplett andere Umgebung auf einmal. Die Hexe hat so viel Power, das kann doch nicht wahr sein. Komm, wir da drüber? Ah, ah, ah. Komm, Hund. Boah, ist kalt, ey. Boah. Guck mal lang. Komm, wir da drunter. Ja, komm, wir tatsächlich. Ah, guck mal, da liegt was. Was ist das? Barbara. Eine weitere vermisste Person. Bullitt. Schluss. Wir müssen diesen Minen-Eingang finden. Das sieht gut aus. Hä? 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 Ja. Kippen. Hä? 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 Wenn ich dich nicht verstehe, werden sie sicher. Das wird uns nicht irgendwo führen. Was ist das, Bullit? Was findest du? Oh, guter Junge, guter Junge. Was ist aus dem Polizist? Oh mein Gott, da liegt einer. Oh, guter Junge. Oh, guter Junge. Oh, guter Junge. Oh, guter Junge. Was haben wir hier? Boah, ohne Witz. Der Kopf ist fast ab. Der hat ein Foto in der Hand. Der hat ein Foto in der Hand! Netter. Ich wundere, wer diese Leute sind. Bleh. Okay. Fuck. Und es hat sich wieder verändert, kann es sein? Da hinten bist du? Was hast du da? Oh, eine Kassette. Was steht da? Irgendwie Freundesmord oder so? Ja. Der Freundesmord. Das ist ein Foto. Hä? Ok Er hat irgendwas weggebrochen da, guck mal Dieses Ding hat er da weggeworfen, gell? Was warst du hier, Sheriff? Das ist nicht mehr nur ein Missing-Person-Case. Komm schon, Bullitt. Wir müssen das für Peter und für Lening Sheriff Emmett Lening Das muss nicht immer etwas sein, dass ich etwas verändere. Auch ich. Ich habe wirklich einseitig, aber... ich habe ihn nicht geworfen. Auch nachdem ich ihn verletze. Es ist leicht. Ich finde einen Mann, der das gemacht hat. Die kannten sich? WTF? Ey! What the fuck ist das? Another one. Another one. Was haben wir da? Wer? Erste Anklage. Verstoß gegen Artikel 52 der Generalstatuten von North Carolina. Zeigt öffentliche Verachtung und Abneuge gegenüber nationalen Symbolen unserem Militärdienst und der patriotischen Soldaten, an deren Seite er einst die Ehrrate dienen zu dürfen. Wer? Da. Ich komme. Ah, ich glaube, diese Stelle habe ich auch im Spiel gespielt. Äh, im Spiel. Auf der Gamescom gespielt. Wait, what? Where did all the water go? Is this... really the right way back? Either I'm going crazy or... Ein... Militärhelm? What the... What the fuck? Lauf rund! Lauf! Oh! Da lag was! Shit! Und auch nicht. Ihr kriegt mich niemals! Fuck, Bulle! Fuck mich, Alter. Wolle an! Da! Uh! Alter, ein kleiner Baum, okay! Hallo, Bulle! Los geht's! Ich will aber nicht, Mann! Bitte lass mich in Ruhe! Shit! No, not now! Come on, work! Hallo? Ah! So! Ah! Fuck, Alter, wo bin ich jetzt schon wieder hier? Oh! Oh! Hallo! Entschuldigung! Das war die Hexe, Mann! Sie ruft nach uns! Sie will uns haben! Aber sie kriegt mich niemals! Natürlich! Ich will nicht nur eine Wurzung oder eine Warnung! Fabian! Oh nein! Ferb! Was machst du? Komm zu mir, Malice! Du gehst in mein Herz, meine Frau! Oh! Was? Was ist das? Ich bin für dich! Und warte, um dich zu sein! Es ist ein Trick! Mama! Mama Mia, Alter! Bullet? Buzik! Shit. Fuck mir. Woaaaaa! Woa 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 woa. Bullitt! Bullitt! Bullitt von my wild time! Bullitt! 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 Where are you? Bullitt! Oh, Bullitt. Oh, my god! und lucas erkennt lucas was gar nicht bus alter wo ist mein hund ist mein hund gott verdammt was ist hier nur los wo ist mein hund hallo ich werde immer immer verrückter mann ohne hund wie im echten leben oh das ist auch nice guck mal cool gell da war die taschenlampe wieder rein wieso hat diese hexe eigentlich so viel macht und power das kann ja nicht natürlich kriege ich hier drin der sms ganz klar sprachnachricht sie haben eine neue sprachnachricht wo kann ich das abhören design dame katze dame natürlich kann man das anhören vorher die fünfte symphonie sterne schlafen schlafen Äh, wo kann man? Wie kann ich das abhören, bitte? Das würde ich gerne wissen. Ah! Idiot, Alter. Pff, Depp. Okay. You have one new message. Sierra, Hotel, Echo, Inferno, Slaughter, Hatred, Karno, Brandt, Karno, Sous, Beno. Was war das denn für eine Sprachnachricht? Danke, Mann. Ich muss ja auch aus, Mann. Ich habe das Gefühl, ich sterbe gleich. Natürlich. Okay. Nein, lass mich bitte. Hallo? Hallo? Auf der Rekord, Alice, was in der Hölle passiert? Du respondest an eine Verabredung. Als du da bist, du sahst, sie zu den Storen. Du hast deine Schnauhe und sagst, sie zuhören. Der Mann hat jemanden für was. War es ein Weapon? Nein. Und dann was? Du wirst wissen, was passiert. Das ist alles. Adam Schamann. Peter's brother. Ich weiß nicht, was ich dachte. Ich war der letzte Person, er würde gerne sehen. Ich weiß, ich könnte ihn für Leben schrauben. Und noch... Ich dachte, es war etwas, was ich zu tun. Ich hatte zu. Ich konnte nicht. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht so groß, ich kann nicht so groß sein. Alter. Okay, also... Habe ich das richtig verstanden? Alice hat den Bruder von dem Peter, den Adam, hat er aus Versehen angeschossen, weil er dachte, er hat eine Knarre oder sowas. Was hast du da? Da ist was. Die Angst, die Monster zu vergessen. Von Todd McKinnon. Mein Vater, Theodore McKinnon, war ein Holzfäller. Als ich noch ein Kind war, nahm er mich oft mit zu dem Sägewerk im Black Hill Forest, um mir Geschichten über die Monster und Hexen zu erzählen, die dort lebten. Nach knapp 40 Jahren bin ich an diesen Ort zurückgekehrt. Er sah noch immer genauso aus, wie ich ihn in Erinnerung gehabt hatte. Mit Ausnahme einer beunruhigenden Leere. Niemand war mehr da, um Geschichten über furchterregende Monster zu erzählen. Es gab keine einzige Seele, die die Geschichten hätte weitergeben können. Das Holzunternehmen existierte nicht mehr und das Sägewerk war seinem Schicksal überlassen worden. Aber ich konnte nicht einfach zulassen, dass es vollständig in Vergessenheit gerät. Nicht, bevor es mir seine Geheimnisse offenbarte. Nicht, bevor ich herausfinden würde, was meinen Vater dazu getrieben hatte, sich das Leben zu nehmen. WTF-Junge? WTF-Junge? Das sieht man jetzt hier. Nicht so viel. Es ist noch nicht so viel geschnitzt. Ah, da hängt eins. Scheiß Ding, Mann. Marius. Ich bin religiös. Ich bin religiös. Ich bin religiös. In irgendeinem Weise. Ah, da. Nochmal. Einfach. Mit einem X drauf. Die Beerdigung. Es ist ihm. Er hat etwas näher geblieben. Schauen wir uns einen, Mann. Okay. Wahrscheinlich muss es so bleiben. Nimm mir die Taschenlampe am besten. Bist du da? Na, komm. Vielleicht finden wir das Grab. Wer ist das? Ist er das selber vielleicht? Weiß er, weil er es halt sein Freund ist? Keine Ahnung. Und irgendwie ist er in der Vergangenheit jetzt? Oder jetzt ist er gerade in der Zukunft irgendwie? Verdammt. Wo lange? Ja, gucken wir mal. Ob jetzt. Hier sind viele Steine. Wo bist du? Ah, da. Versuch. Nichts. Nichts, okay. Zu viele Wege hier. Man weiß halt überhaupt nicht. Lauf mal jetzt richtig oder nicht. Was ist das? Meine Kerze? Eine Dopp-Tag? Wo war das? Nein, nein. Das ist unmöglich. Farmer, Alan, Tief. Ah, ja, ja. Lass uns weitergehen. Klappst du da hoch? Oder da lang? Alter, drei Wege. Ja, komm, wir gehen mal hier hoch. Sieht böse aus da oben. Da ist es, ja. Alter, perfekt. Was ist das? Sieht wie schade. Komm schon, Junge. Lass uns das alleine. Das sieht aus wie das Ort. Komm schon, lass mich ein Freund. Genau, in dem Video hat er das umgekippt. Alles klar. Bullets zeigen. Ja. Ja, Bullets. Such. Such. Junge, such. Da lang. Alles klar. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Komm. Jetzt. Okay. Das ist einfach nicht natürlich. Guck mal. Kein Himmel mehr zu sehen. Nichts mehr. Was ist das? Sand? Das ist Monarch. Dock Tag. Noch eine? Ohne Bekenntnis. Ohne Bekenntnis. Da hinten ist auch so, guck mal hier, so ein Straßenschilder. Mit arabischen Zeichen. Oder? Ist das arabisch? Elisha 5, komm in. Elisha 5, komm in. Elisha 5, hast du Kaffee? Elisha 5, helft. Elisha 5, helft. Helft. Das ist... Nein, du bist nicht real. Das kann halt nicht echt sein. Entschuldigung. Das Spiel wird immer abgedrehter. Alter. Was ist los? Was ist los? Was ist was? Was ist das da? Boom. Was ist das? Was? Ist das ein V? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Komm schon, lauf. Oh mein Gott, ist das nah. Oh mein fucking Gott. Komm schon, ich bin bei dir, Bulli. Alter. Boah, Alter. Oh, Bulli. Ich habe Angst. Aua, Aua. Ja, und das ist eiskalt, Mann. Oh, leck. Aua. Au. Was ist da? Alles okay? Alter, was ist mit mir los? Ach. Geh weg. Teufel, ey. Ich habe dich, Mann. Ich habe dich, Mann. Oh, Alter. Ah. Scheiße. Ich habe dich. Ich habe dich. Was ist weg? Komm, Bulli. Schnell. Ah, da steht er. Schon wieder das Ding. Ich lass mich mal nicht erwischen von dem Scheiß-Teil. Boah, Hund, kannst du's teleportieren? Nice. Rollit, wohin? Ich kann's mal versuchen, da hinzugehen, da, auf diese kleine Insel. Okay. Oh, puh. Bullit? Bullit ist hier. Aua, hört auf, auf mich zu ballern. Ist er denn verrückt? What the fuck? Also, er ist auf jeden Fall ein alter, alter Soldat. What the? Hallo? Mach ich doch! Da lang. Erstmal beruhigen, komm. Komm runter, Junge, komm runter. Die längste Wanderung. Wo lang? Wahrscheinlich da wieder raus. Oh, mein Gott, alter. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen! Bullit! Bullit, hilf mir. Ein hartes Trauma erlebt, der Gute. Bullit. 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 Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das ist etwas anders, wenn du... Alles, das wird niemals fliegen. Ich werde niemals fliegen. Es ist schon wieder fucking dunkel, Mann. Ich bin okay. Ja, ich bin okay. Ich bin ein guter Hund. Ein guter Hund. Ich bin ein guter Hund. Guter Hund. Guter Hund, danke. Braver Hund. Ich liebe dich, Hund. Mein Gott, ey, komm. Geh mal hier aus dem Wald raus. Ich hab keinen Bock mehr. Pass auf den Jungen, einfach hier, Mann. Ja? Ah, du hast was. Zeig mal. Das wieder. Was? Ist es Plämislav oder Brzlämislav oder was? Okay. Selbstsame Name. Alter. Also, das können die echt... Die Entwickler können echt diesen Psycho-Horror, Mann. Ich mag das. War da nicht heute noch so ein... So ein Kachel, Mann? Was im Teufel bist du überhaupt? Ich hab's, ich hab's. Ja, ja. Ich sag's ja, also... Wir sind irgendwie in der Traumwelt schon gelandet oder sowas. Sägemühle. Aber da kommen wir halt nicht durch ohne Wagen. Also, komm, wir müssen einen Wagen erst mal holen. Warte. Ist das ein Räderradfahrer? Mal sehen, wo es geht. Komm, hier. Komm, Hund. Ich glaub, diese Stelle hab ich auch auf der Gamescom gespielt. Also, das war ja immer so... So kurze... Ganz kurz von dem Kapitel... Sachen angespielt, quasi. Wir müssen wieder empfangen. Okay. Nein, mal kurz hier schauen. Mal Jess anrufen. Hey, Jess. Hey, yourself. What's up? Oh, you know, just checking in. Up, uh, checking up. On, on you, I mean. Um, how are you? Wow, that was smooth. Your regular Don Juan. Oh, hey, uh, let's see you run around a dark muddy forest for a while. It doesn't really help with your romancing skills. Speaking of which, any progress? Oh, Jess, I... There's something really messed up going on in these woods. Okay. Hey, if you're trying to scare me, it's working. Sorry, you know, I can't explain it now. I wouldn't even know where to start. Just, listen. If anything happens, I want you to know. Hey, stop it, Ellis. Whatever it is you want to tell me, you can do it once you get back, okay? I, um... Oh, yeah, you're right. Ellis, I don't know what you've gotten yourself into, but... You can always leave, just get out of there. No one will think any less of you for it. Please stop me. Right? You can't. At least not yet. Sorry, Jess. I, I gotta go. Talk to you soon. You better. Okay. Aber er kann nicht einfach abhauen. Das geht nicht. Noch so eine verdammte Marke. Du bist da, Hund? Ja, sehr gut. Ich glaube irgendwie auch nicht, dass wir mit, mit ihr reden. Also mit der echten. Eine neue Sprachnachricht. Wer ist eigentlich Ellen? Doris Pizza? Tierarzt? You have one new message. Where is he? What did you do to him? It's all because of you. I knew it. I always knew you'd... What the fuck? Warte, Hund. Who is it? Wer is Elon? Oh, Arlon. Leitung besetzt. Ashley? Natürlich. Doktor? Hallo? Ah, Doktor? Mir geht's nicht so gut. Auch besetzt. Donnies Pizza. Komm, Donnies Pizza. Warte. Ist bestimmt nicht besetzt. Boah, geil, Alter. Hallo, ist Donnies Pizza. Die beste Pizza in Merkitsville. Was kann ich für dich tun? Ähm, eine Salami, bitte. Mit Champignons. Und einmal einfach nur ein Stück Fleisch. Oh, bitte. Ja, liefern Sie es in die Blairwood-Schütte. Ja. Ja, danke. Ciao. Gut, Pizza ist bestellt. Essen kommt gleich, Hund. Thief. Warte doch ganz kurz. Leitung besetzt. Oliver. Sind das die Namen von der... Von den Marken? Die kommen ja alle... Ja, das sind sie doch, oder? Oh, fuck. Sheriff Lenning, Mann. Der nimmt nicht mehr ab. Ach, ja, was du erwartet, Alice. Ach, Alice. Kriegst du jetzt auch Hanen? Ah, ich bin noch nicht fertig. Tierarzt noch. Hey, meinem Hund. Geht's richtig gut, glaub ich. Rocko's Veterinärklinik. Dr. Repp ist speaking. How can I help you? Hi, äh, it's me, Alice. Alice, my boy. I did not expect to hear from you so soon. Is Bullard okay? Is... Irrung, anything again? Sein Ohr? Was ist mit seinem Ohr? Ohr? I did not expect to hear from you. Ich sit. Wir müssen answer. Ich sit. Vielen Dank.